Also, ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit von den Dissimi. Ich habe im August zwei Implantate bekommen, ohne Schmerzen. Ich hatte immer große Angst vor dem Zahnarzt. Jetzt habe ich keine Angst mehr und es ist alles gut gegangen. Und ich bin auch sehr zufrieden mit meinen neuen Zähnen. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ammer der découvriren climb ist Kopfschmerzen 1. Gone. Bis 0,1, 1, Brenda. Diesqua. Bis 50,1,。 Bis 31.